Moin Leute, heute zeige ich euch nochmal ein bisschen mein Setup. Ich habe das ja schon mal gezeigt. Jedoch will ich das Ganze jetzt ein bisschen detaillierter machen mit den genauen Geräten und einer guten Beschreibung dazu. Fangen wir bei meinem PC an. Mein PC enthält einen AMD FX 6300 Prozessor, eine GTX 970 4 GB Version als Grafikkarte und als Mainboard einen MSI 970 Gaming. Dazu habe ich die Razer Taipan. Es ist nicht die teuerste aus dem Razer Sortiment, kostet ungefähr 60 Euro. Man hat aber Hotkeys und man kann gut drauf klicken oder auch Jitter klicken zum Beispiel. Als Tastatur benutze ich eine einfache Microsoft Tastatur. Da ich irgendwie nicht einsehe, 150 Euro für so eine Black Widow oder so auszugeben. Und für meine Ansprüche reicht es definitiv. Ansonsten wären dann noch meine beiden Monitore. Der Hauptbildschirm hat ungefähr 150 Euro gekostet und ist ein AOC-Bildschirm. Genauere Beschreibung dazu unten in der Videobeschreibung. Mein zweiter Monitor ist ein iZoo-Irgendwas-Monitor. Weiß nicht genau, wie der heißt. Ist auf jeden Fall ein bisschen älter. Habe ich für 25 Euro bei Ebay bekommen. Das Mikrofon, wodurch ihr mich gerade hört, nennt sich AUNAMIC 900B. B steht für Black. Es gibt es auch noch in Silber und Gold. Ich finde, die Audioqualität geht komplett klar. Also für Anfänger echt ein gutes Ding. Zum Vloggen benutze ich den guten alten Gorillapod. Das ist jetzt, glaube ich, die günstigste Variante von Jody. Für, ich glaube, 32 Euro habe ich den bekommen. Das ist mein gestrig gekauftes Kamerastativ. Es ist bis zu 1,60 Meter ausfahrbar und macht, was es machen soll. Die Kamera halten. Ich hoffe, euch hat die etwas detaillierte Setup-Tour gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Ein Abo wäre natürlich besser, aber dafür guckt euch lieber meine anderen Videos an. Ciao.